Hallo, liebe sehr verehrten Abonnenten, ich begrüße euch ganz herzlich zur 32. Folge von Let's Play Ampsey 2. Onibus Simulator mit mir, eurem Julian Rieser. In dieser Folge zeige ich euch die Karte Berlin Spandar 1989, die Linie 137 von Haneberg zur Freudstraße, Fahrzeit ungefähr 35 bis 40 Minuten. Und unser Fahrzeug ist ein Mercedes-Benz O405 GN1 aus dem 3-Generationen-Add-On im BVG, mit dem arktischen Kennzeichen B für Berlin, J für Julian Rieser 2001, weil ich im Jahr 2001 geboren worden bin. Und ich wünsche euch allen viel Spaß, weil der Fahrt Realswetter ist, habe ich Berlin ausgesucht und wir fahren auch direkt los. Realswetter Falkensee, Segefelder Straße 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 Falkense, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkensee, 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 Segefelder Straße Komisch Falkense, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkensee, 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 Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkensee, Segefelder Straße Falkense, Segefelder Straße Falkensee, 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 Segefelder Straße